Hallo liebes Gitar-Magazin! 25 Jahre seid ihr nun mittlerweile alt. Ich freue mich sehr. Happy Birthday dazu. Herzlichen Glückwunsch. Eine wunderschöne Zeitschrift, sehr informativ, auf jeden Fall zu empfehlen. Ihr habt sie schafft natürlich. Und zum Beispiel hier ein wunderschöner Gitarrist und ein Bericht über ihn. Ja, naja, was soll man sagen? Viel Spaß auf die nächsten 25 Jahre. Ich wünsche euch alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Euer Basti von dem Extremo.